Hallo liebe Freunde der Nachtgedanken. Heute ist ein bisschen später geworden. Ich habe mir gerade eine Zigarette angezündet, aber bevor ich die rauche, mache ich euch natürlich noch ein Märchen klar. Und zwar folgendes. Heute Abend geht es um die Rübe. Es waren einmal zwei Brüder. Die dienten beide als Soldaten und der eine war reich, der andere arm. Da wollte der Arme sich aus seiner Not helfen, zog den Soldatenrock aus und wurde ein Bauer. Also grub und hackte er seine Stückchen Acker und säte Rübensamen. Der Same ging auf und es wuchs da eine Rübe. Die wurde groß und stark und zusehends dicker und wollte gar nicht aufhören zu wachsen, sodass sie eine Fürstin aller Rüben heißen konnte, denn nimmer war so eine gesehen worden und wird auch nimmer wieder gesehen werden. Zuletzt war sie so groß, dass sie allein einen ganzen Wagen anfüllte und zwei Ochsen daran ziehen musste und der Bauer wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Und ob sein Glück oder sein Unglück wäre. Endlich dachte er, verkaufst du sie, was wirst du groß dafür bekommen? Und willst du sie selber essen, tun die kleinen Rüben denselben Dienst. Am besten ist, du bringst sie dem König und machst ihm ein Geschenk damit. Also lud er sie auf den Wagen, spannte zwei Ochsen vor, brachte sie an den Hof und schenkte sie dem König. Was ist das für ein seltsames Ding, sagte der König. Mir ist viel Wunderliches unter die Augen gekommen, aber so ein Ungetüm noch nicht. Aus was für Samen mag die gewachsen sein? Oder dir allein gerät, so du bist ein Glückskind. Ach nein, sagte der Bauer, ein Glückskind bin ich nicht. Ich bin ein armer Soldat, der, weil er sich nicht mehr ernähren konnte, den Soldatenrock an den Nagel hängte und das Land bebaute. Ich habe noch einen Bruder, der ist reich und euch, Herr König, auch wohl bekannt. Ich aber, weil ich nichts habe, bin von aller Welt vergessen. Da empfand der König Mitleid mit ihm und sprach, Deiner Armut sollst du ledig sein und so von mir beschenkt werden, dass du wohl deinem reichen Bruder gleichkommst. Da schenkte er ihm eine Menge Gold, Äcker, Wiesen und Herden und machte ihn steinreich, sodass des anderen Bruders Reichtum gar nicht damit verglichen werden konnte. Als der hörte, was sein Bruder mit der einzigen Grübe erworben hatte, beneidete er ihn und sann hin und her, wie er sich auch eines solches Glückes zuwenden könnte. Er wollte es aber noch viel gescheiter anfangen, nahm Gold und Pferde und brachte sie dem König und meinte, der würde ihm ein viel größeres Gegengeschenk machen, denn hätte sein Bruder so viel für eine Rübe bekommen, was würde es ihm für so schöne Dinge nicht alles eintragen. Der König aber nahm das Geschenk und sagte, er wüsste ihm nichts zurückzugeben, das seltener und besser wäre als die große Rübe. Also musste der Reiche seines Bruders Rübe auf einen Wagen legen und nach Hause fahren lassen. Daheim wusste er nicht, an wem er seinen Zorn und Ärger auslassen sollte, bis sie böse Gedanken bekamen und er beschloss, seinen Bruder zu töten. Er dingte Mörder, die mussten sich in einen Hinterhalt stellen und darauf ging er zu seinem Bruder und sprach, Lieber Bruder, ich weiß einen heimlichen Schatz, den wollen wir miteinander heben und teilen. Der andere ließ es sich auch gefallen und ging ohne arg mit. Als sie aber hinaus kamen, stürzten die Mörder über ihn her, banden ihn und wollten ihn an einem Baum hängen. Während sie eben dabei waren, erscholl aus der Ferne lauter Gesang und Hufschlag, das ihnen der Schrecken in den Leib fuhr und sie Hals über Kopf ihren Gefangenen in den Sack steckten, am Ast hinaufwandten und die Flucht ergriffen. Er aber arbeitete oben, bis er ein Loch im Sack hatte, durch das er den Kopf stecken konnte. Wer aber des Weges kam, war nichts als ein fahrender Schüler, ein junger Bursche, der fröhlich sein Lied singend durch den Wald auf der Straße daherritt. Als der oben nun merkte, dass einer unter ihm vorbeiging, rief er, Sei mir gegrüßt zu guter Stunde. Der Schüler guckte sich überall um, wusste nicht, wo die Stimme herschallte. Endlich sprach er, Wer ruft mich? Da antwortete es aus dem Wipfel, Erhebe deine Augen, ich sitze hier oben im Sack der Weisheit. In kurzer Zeit habe ich große Dinge gelernt, dagegen sind alle Schulen ein Wind. Nur noch ein wenig, da werde ich ausgelernt haben, Herabsteigen und weiser sein als alle Menschen. Ich verstehe die Gestirne und die Himmelszeichen, das Wehen aller Winde, den Sand im Meer, Heilung der Krankheit, die Kräfte der Kräuter, Vögel und Steine. Wärst du einmal darin, du würdest fühlen, was für Herrlichkeit aus dem Sack der Weisheit fließt. Der Schüler, als er das alles hörte, staunte und sprach, Gesegnet sei die Stunde, wo ich dich gefunden habe. Könnte ich nicht auch ein wenig in den Sack kommen? Oben, der antwortete, als täte er es nicht gerne. Eine kleine Weile will ich dich wohl hinlassen, für lohnen, gute Worte. Aber du musst doch noch eine Stunde warten. Es ist ein Stück übrig, das ich erst lernen muss. Als der Schüler ein wenig gewartet hatte, war ihm zu langweilig und er bat, dass er doch hineingelassen werden möchte. Sein Durst nach Weisheit wäre gar zu groß. Da stellte sich der oben, als gäbe er endlich nach und sprach, damit ich aus dem Haus der Weisheit heraus kann, musst du den Sack am Strick herunterlassen. Dann sollst du hineingehen. Also ließ der Schüler ihn herunter, band den Sack auf und befreite ihn. Dann rief er selber, nun zieh mich recht geschwind hinauf und wollte aufrecht stehend in den anderen Sack einsteigen. Halt, sagte der andere, so geht's nicht, packte ihn am Kopf, steckte ihn umgekehrt in den Sack, schnürte zu und zog den Jünger der Weisheit am Strick baumelwärts. Dann schwengelte er ihn in der Luft und sprach, wie steht's, mein lieber Freund? Siehe, schon fühlst du, dass dir die Weisheit kommt und machst gute Erfahrung. Sitz also fein, ruhig, bis du klüger wirst. Damit stieg er auf des Schülers Pferd, ritt fort, schickte aber nach einer Stunde jemand, der ihn wieder herablassen musste. Wieder tausend Handlungsstränge in einem, wie in einer Folge Denver Clan. Ein König, eine Rübe, ein böser Soldat, Mörder, ein Schüler, alles wieder drin. Also keiner soll sagen, dass diese Märchen langweilig wären. Und das in sechs Minuten 15. Ich für meinen Teil hau mich jetzt auf mein Bettchen. Es ist spät geworden. Ich wünsche euch eine gute Nacht.